Und ein Moinzen zu Teil 2 des Dreierpacks, des Dreiteilers, wie auch immer, Teil 2 auch nur in meiner Chronologie, wer weiß, wie ihr euch die Videos da anschaut, in welcher Reihenfolge. Zweiter Teil auf jeden Fall die VfB-News. Im letzten ging es nochmal um DFL und Fanproteste, Investoren und so weiter und so fort. Das hoffentlich ein bisschen abgeschlossen damit auch, weil eben jetzt auch da die Bombe geplatzt war am Mittwoch dieser Woche. Und jetzt hier wieder VfB-News. Ich habe es wie immer, ihr kennt es, versucht ein bisschen zu strukturieren, weil es eher so ein Mischmasch ist aus allem eben, was so ein bisschen nebenher lief oder was so passiert ist drumherum, was man so quatschen kann auch drumherum. Deswegen auch hier wieder Klassiker, wie immer, alle Links, alles auf was ich hier beziehe, unten in der Videobeschreibung, im Sammellink natürlich. Nummer 1 ist Mio Future Stars, hatte ich angesprochen gehabt in der letzten Folge. Kann irgendwann per Mini-Release schöne Karte bekommen, 86er Rating, kann ZOM, KZM, kann Mittelstürmer, auch sehr geil. 88 Tempo, 82 Schuss, 85 Pass, 89 Dribbeln, 74 Defensive, 80 Füße, sehr schön. Ist auf Mindestpreis 20.250, also auch geschenkt. 4 Sterne Week, 4 Sterne Skills, nice Karte, wirklich geile Karte, VfB jetzt mittlerweile auch echt einige, auch ein paar Evos kannst du ja schon machen zum VfB. Das macht tatsächlich dieses Jahr wieder echt Spaß und du hast auch echt ein paar, natürlich je nachdem, was für ein Level du zocken willst in EAFC, ich so als einfach nur Hobbyzocker gefühlt, alle drei Wochen mal, zockt dann auf jeden Fall im Main Team. So, aber es gibt auf jeden Fall einige VfB-Spiele, die man auch wirklich ernsthaft mittlerweile zocken kann, auch Gerasi-Karten und so Geschichten, ganz klar. Ja, Gincek bei Ed Browski, auch das ganz, ganz kurz, weil ich habe gemerkt, dass der kam, weil er zuerst war anders angesetzt, dann wurde SR eingesprungen, ehrenhafterweise. Zockt er gerade bei Duisburg einfach entspannt in der dritten Liga und da hat eben eine Nummer gebracht oder ein Zitat gebracht aus der Sendung, dass er den Zweitliga-Aufstieg gegen Würzburg, wo er dabei war, ne? Ja, Tirotte, er getroffen, ich glaube Zimmermann auch noch, 4-1-Siege, war ich auch dabei, auch auf dem Platz dann später, platzturmmäßig, absolut Weltklasse-Spiel 2017, dass er das als den Fußballmoment nennt, den er nochmal gerne erleben würde. Als Nummer 1 quasi war es, glaube ich. Es hat sich angefühlt, als ob da 120.000 Leute im Stadion waren, ne? Passt natürlich nur 60 rein, aber es hat sich doppelt so viel angefühlt. Das nochmal zu hören ist immer schön, ich glaube, die Zeit war eh irgendwie geil, Hannes Wolf und so, ich glaube, Schindelmeiser war damals auch noch da, die Carlos Manés und so weiter und so fort. Das war schon irgendwie eine geile Aufstiegstruppe, ähm, irgendwie auch nochmal ein geiler Spirit irgendwie in dem ganzen Ding dann drin, auch einfach noch eine sympathische Truppe, ne? Auch ein Tirotte und so weiter und so fort, ein Langer-Rack und so Geschichten, ähm, das war schon sehr geil, deswegen auch wollte ich das nochmal mit reinnehmen. Ginchik sowieso, auch geiler Typ, kannst immer zuhören, finde ich. Endo, auch der, so ein bisschen, gehen wir mal ein bisschen zu Ex-Spielern, bleibt er da mal so ein bisschen, ähm, weil Wataru Endo ist und bleibt ein kompletter King, absoluter König, ne? Ja, ich finde es auch hier wieder absolut schön, dass auch da jemand das rausgezucht hat, nochmal das Zitat von, ähm, von Klopp, weil er hat es schon gesagt, als Endo kam, nach dem Motto, ich weiß ja, wie englischer Fußball läuft, ich weiß, wie das Aufnehmen von Transfernews und sowas läuft in England, wenn da nicht die 100 Millionen stehen für irgendwelche Enzo Fernandes und so Geschichten, was da alles so passiert ist, und Latvia und Caicedo, wie sie alle heißen, so 100 Millionen plus Spieler im Mittelfeld, eben auf einer vergleichbaren Position wie Endo, dann drehen sie alle durch und sagen, oje, 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 oje. Er hat gesagt, ja, ne, wartet, gibt dem mir Chance, ich freue mich auf den Transfer, wir haben hier einen super Mann geholt, mittlerweile bestätigt er es auch komplett, ein bisschen Anfangsphase, glaube ich, gebraucht reinzukommen, ähm, dann auch schon wichtig geworden, dann Asia Cup haben wir es nicht vermisst, jetzt wird er auch wieder voll da, spielt durch, macht eine Top-Leistung nach der anderen, auch hier wieder, wenn man auch Twitter schaut, auch aus den Liverpool-Fans raus, jedes Spiel aufs Neue wird er aktuell gelobt eigentlich und Statistiken rausgeholt und so weiter und so fort, und das ist einfach nochmal ein richtig geiles Zeichen gegen, natürlich nicht alle, aber viele Premier League-Fans, die da schon ein bisschen arg komisch sind in ihrer Denkweise, dass du eben nicht für jeden, für jeden Spieler 100 Millionen plus ausgeben musst, damit er irgendwas kann, was machen wir jetzt Endo, Endo waren glaube ich 20 Millionen plus Boni, was ja für Liverpool oder für England generell ja quasi nichts ist, ne, ähm, deswegen, absolut geil, freut mich extrem, für Endo habe ja auch sein Liverpool-Trikot mir tatsächlich bestellt, dann damals direkt, mit Endo hinten drauf, ähm, absolut geil, freut mich extrem, kommen wir von dem zu ein bisschen, ja, negativeren oder schlechteren News, ähm, nämlich für ihn, Sascha Kalajdzic hat sich im Aussichtspiel gegen Freiburg eine Ruptur des Kreuz- und Außenbandes im rechten Knie erlitten und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen, das ist auf jeden Fall Saisonende, äh, soweit ich das hier rauslese, ähm, und auch da muss man sagen, ey, was hat der Mann für ein Pech, weil er ist ja schon, als er zu uns kam, vielleicht haben wir es auch mal nicht mehr, nicht mehr ganz im Kopf, aber der kam ja schon 2019, vor der Saison, hat sich dann verletzt, ganz hier ausgefallen, dann kam er erst im Saison-Endspurt, dann irgendwann die letzten Einzelspiele kurz immer rein, und dann eben ja auch natürlich, nachdem, nachdem Gomez dann auch Keire beendet hat, dann natürlich im Jahr danach im Bundesliga, dann natürlich auch, ne, die, die geile Saison gehabt, unter anderem, ähm, mit Silas und so weiter, und da hat er ja auch Kreuz mit Riss gehabt, als er zu den Wolves gegangen ist, auch da muss man sagen, ne, immer noch ein komischer Transfer, ein bisschen fader Beigeschmack, dass er vor dann irgendwie, zwei Tage davor, nicht nach, nicht mit nach Köln ist, nicht in Kader ist, damit er sich nicht verletzt und sowas, alles ein bisschen eklig, aber Kaleitsch ist vom Ding her ein geiler Typ, sympathischer Typ, schöne Aussagen und so, einfach auch wieder ein Typ im Fußball, ne, ähm, aber auch da, das war, glaube ich, erste Halbzeit, und nach einer Halbzeit war es dann direkt Kreuzbandriss, raus, jetzt bei Frankfurt ein paar Spiele gemacht, auch durchaus eigentlich gut da reingepasst in Frankfurt, zack, wieder Kreuzband. Das ist drei Stück, drei Wechsel, dreimal direkt, auch mehr oder minder am Anfang. Auch der VfB wünscht ihm eine schnelle Genesung hier auch über Twitter, ähm, ja, das ist unfassbar bitter, und auch hier natürlich, Kaleitsch, nur das Beste, ähm, mal gucken, wie der zurückkommt, in welcher Form er zurückkommt, das wird auch wieder dauern, diese Verletzung, ich glaube, er wird zurückkommen, aber natürlich schon brutal hart. Silas, das auch wieder ein Thema, das irgendwie so ein Dauerthema bleibt, habe ich auch schon mal, ähm, angesprochen, deswegen mache ich es auch jetzt nicht mehr größer als es ist, ähm, oder länger als es ist, weil die Meinung habe ich ja schon mal klar geäußert, aber auch hier nochmal kam, ähm, dass, äh, Fulhelm Silas weiterhin will, ähm, Stuttgart wäre wohl bei 15 bis 20 Millionen Euro gesprächsbereit, es hieß ja irgendwann mal, dass sie immer noch die, dass sie damals geboten hätten, nach dem Motto, äh, Laie mit Kaufpflicht, 20 Millionen, das heißt, das klingt schon so danach, als würde Fulhelm das vielleicht im Sommer zahlen, auch sie haben jetzt irgendwie nochmal ein neues Transferziel gefunden, aber 15 bis 20 Millionen wäre, glaube ich, Fulhelm aus England imstande zu bezahlen, und da muss man eigentlich, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich mag den auch komplett, ne, Fanliebling, alles und so weiter, aber 20 Millionen, das ist eine Summe, von der du ein Unterfohlen kannst, das ist eine Summe auf Endo-Niveau, wie gesagt, das ist eine Summe auf Mafropanus-Niveau, so abgängemäßig, ähm, das ist schon ordentlich, ähm, von dem her, wenn das auf dem Tisch liegt, wenn sie das sich damit, ja, das ich auch vorstellen kann, logischerweise, wäre ich nicht abgeneigt, das zu machen im Sommer, sag ich mal, plus dann eben natürlich hier, auch deswegen noch der Zusatz, das ist mal nicht so angesprochen, natürlich das Thema Backup, wird er ihnen ersetzt, Leveling haben wir, Kaufoptionen von 5 Millionen im Sommer, muss ja gucken, wie sich der entwickelt, der wird immer besser, also immer mehr, gehe ich in die Richtung, dass du vielleicht ziehen könntest, da war ich vor kurzem noch nicht, aber so langsam kommt er da richtig hin, ähm, dazu hat ja wohl Ding Chi, äh, der von Bremen zu Heidheim ausgeliehen ist, der auch wirklich eine gute Rolle spielt dort, ähm, auch immer noch Talentstatus hat, sag ich mal, ähm, scheinbar auch eine Ausschussklausel von 5 Millionen, also vielleicht kannst du damit was machen, Kruda, gab's eh schon Gerüchte zu, der könnte aber ein bisschen teurer werden, natürlich je nachdem, ob Mainz drin bleibt oder absteigt, ähm, ändert sich natürlich auch nochmal die Summe, aber es gäbe genug, glaube ich, die du, mit denen du Silas recht gefahrenlos ersetzen kannst, sag ich mal, ne, persönliche Meinung, ja, natürlich, hab ich auch schon gemerkt, einige, die Silas noch mehr zutrauen und noch mehr feiern, als ich es tue vielleicht, ähm, Nico Willig ist der Nächste, hat nämlich jetzt die 100 A-Junioren-Bundesliga-Spiele für den VfB am, ja, am Spielfeldrand quasi erledigt, richtig stark, guter Mann, mich deswegen so lange gehalten hat und auch noch weiter hält, hoffentlich, ähm, wenn man nicht hält, tatsächlich ist Jan Kirchhoff, der verlässt den VfB, U17-Trainer, geht zum Mainz 05 und nimmt dort die U19, ähm, und das ist auch wieder ganz witzig, weil der war auch am Montag, also diese Woche Montag in der Adprowski-Show, also noch als VfB-Offizieller quasi dort, auch sympathischen Eindruck gemacht, Jan Kirchhoff ist ja auch Ex-Profi, ähm, und jetzt einfach ein paar Tage später ist er weg, also, ja, ich bin nicht so tief genug drin im Jugendbereich, um da jetzt zu sagen, wie schlimm das ist, ähm, oder was das jetzt für eine Auswirkung haben könnte, oder wie auch immer, aber auf jeden Fall eine Meldung, die eben jetzt auch noch mit dazu kam, ähm, und passt in den Übergang auch rein zum Testspiel in Ansbach, ist das Witzige, ich bin ja hier, äh, da am Studieren, ähm, deswegen war ich direkt vor Ort, war ganz entspannt, einfach, ja, bei denen auf dem, auf dem Kunstrasenplatz, äh, 5 Euro Eintritt waren es oder so, waren auch wirklich 200, 300 Leute, glaube ich, da, Ansbach ist ja auch genauso, äh, Regionalliga, ähm, Regionalliga Bayern eben, gegen Regionalliga Südwestern in dem Testspiel, ähm, am Ende 0-0 ausgegangen, durfte sogar hier einen netten Artikel schreiben oder Spielbericht schreiben quasi hier für die Zeitung, wo ich ja meinen Werkstudenten-Ding mache für Stuttgart-Zeitung, Stuttgart-Nachrichten, meinen VfB, die Stars, ähm, da auch so einen Bericht quasi geschrieben zum Spiel, ähm, weil das ja sonst natürlich auch gefühlt kein Mensch guckt, aber ich war halt vor Ort und bin halt hin, ähm, deswegen war ich ganz nett, ich glaube, es ist auch das erste Mal gewesen, dass ich dann ein U21-Spiel vom VfB komplett geschaut habe, ein VfB-2-Spiel irgendwo mal live komplett geschaut habe, der 0-0, recht, ja, Ansbach schon näher dran gewesen, muss man sagen, war dort trotzdem munter, ne, obwohl es nur 0-0 war, aber Ansbach hatte Chancen, VfB im Ende auf jeden Fall auch, als sie eben ein bisschen mehr die, ne, Geschöße dann hochgefahren haben, ne, als dann, keine Ahnung, die Benedetto kam, als ein Raul Paula reinkam und lauter so Geschichten, ein Laurin Ulrich und sowas, ne, die per Einwechslung kam da irgendwie halbe Stunde oder so vor Spielende, da hat der VfB endlich mal so ein bisschen angefangen, was offensiv zu machen, aber sonst geht es 0-0 in Ordnung, aber wie gesagt, 0-0 der besseren Sorte, würde ich zumindest mal behaupten, und dann machen wir weiter eben auch mit dem, wie ich gerade schon kurz angesprochen habe, nämlich Raul Paula, da gab es jetzt Gerüchte von dem Bild aus, dass der wohl ein bisschen unzufrieden sei, dass er ja noch keinen Einsatz bekommen hat beim VfB, das ist ja einer von den vielen Talenten, die oft im Kader auch schon waren, natürlich während der Africa Cup natürlich auch Kaderplätze aufgefüllt haben, was jetzt natürlich auch wieder schwerer wird und ja, 20 Jahre alt, der Kollege, möchte wohl den nächsten Karriere-Schritt gehen und da stehen wohl große Teams auf dem Zettel. FC Barcelona hat die Fährte aufgenommen, der Präsident von Barcelona ist wohl besonders von seinen Fähigkeiten überzeugt und angetan, auch aus der Bundesliga soll es Interesse geben, aus der zweiten Liga und eben auch der Premier League, also auch davon ist die Rede, ohne jetzt irgendwelche Vereine zu nennen von dem Bild aus, aber ja, da ist schon ein bisschen was dran, natürlich auch das Thema, Kaderplätze, Einsatzzeit, gerade mal, glaube ich, bei Milosevic auch ein paar Mal schon, dass du dich doch einfach mal reinwerfen könntest gegen Ende. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, bin ich grundsätzlich dabei, ja, gib den Spielzeit und bitte verliere solche Talente nicht. Auf der anderen Seite habe ich da halt trotzdem auch genug Vertrauen drin, dass Hoeneß, das Wohlgemut, Leute in der Jugend und so weiter Pläne haben, Kommunikation haben, diese vorgeben, mit den Spielern im Austausch sind, wie es aussieht hier und da, wie die Chancen auf Einsatzzeiten sind, also dass es schon gegeben ist. Es ist nicht, dass sie da irgendwie im Dunkeln stehen, die Spieler, und da, wenn er zu Barca will, ist es erstens schwierig, den aufzuhalten, plus zweitens, oder schwierig, gegen Barca sich durchzusetzen, so vom Ding her, aber dann ist halt auch wieder das Thema, das ist vielleicht in der Zeit wieder wie so ein Dayaku, der viel zu früh zu den Bayern geht, es gibt noch etliche andere Beispiele, wo man irgendwelchen Leuten hinterher geweint hat, wo jetzt am Ende des Tages nicht die Weltkarriere bei rumkam, sag ich mal, deswegen bin ich da auch so ein bisschen vorsichtig immer, man wird da ein bisschen allergisch, wenn ich wieder höre, dass der, nur weil er jetzt gerade beim Tabellendritten nicht irgendwie jedes Spiel reinkommt, oder irgendwann mal reinkommt, dann halt direkt irgendwie mit 18, 19, 20 dann direkt den großen Schritt zu Barcelona machen will, zu irgendeinem Premier League-Klub gehen will und so, finde ich immer schwierig, reagiere ich fast ein bisschen allergisch drauf, weil da musst du halt gucken, jetzt auch ein Raoul Paula, es ist halt auf einer Offensivmann, den kannst du immer dann halt mal, kannst immer sagen, bring ihn halt mal fünf Minuten gegen Ende, kannst du immer machen, je nach Spielstand kannst du immer machen, aber vom Ding her so, hast du eben da gerade auch das, mit das beste Angriffstrio in Europa vor dir, Gerasi, Unterführig zum Beispiel, noch weitere mit Leveling wie Jo, Pipapo, was da vorne so zocken kann, da ist halt auch einfach schwer vorbeizukommen, und dass du Chancen kriegst, wurde ja auch gezeigt, Raimund hat schon ordentlich ein paar Minuten bekommen, also ein, zwei Einsätze, einer dann auch sogar noch mal länger bekommen, die Benedetto auch zumindest mal einen Kurseinsatz bekommen, wo er auch gut war, also die Chancen gibt es ja schon, deswegen wäre ich da ein bisschen ruhiger und ein bisschen abwartender, was das angeht, wenn er zu Barca will, dann gehe halt zu Barca, schwer ihn aufzuhalten, Reisen soll man nicht aufhalten, dann kann man eigentlich nur dann Glück wünschen sozusagen, oder ja, Glück wünschen in dem Sinne, dass es hoffentlich klappt, dass der Move hoffentlich klappt, direkt zu diesem Riesenverein zu gehen, und es eben nicht eines der nächsten Talente wird, die sich dadurch so ein bisschen selber verbrannt hat, ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht großartig zu sagen, natürlich wäre es gut, ihn zu halten, wäre es gut, generell seine Talente, seine Top-Talente zu halten, aber in solchen Zusammenhängen, dann habe ich, glaube ich, meine Meinung gerade klar gemacht, das nächste Top-Talent, was ja vielleicht auch kommt, vielleicht auch im Sommer kommt, ist Justin Diehl von Köln, haben wir jetzt ja auch schon gesehen, bei ein paar Kurzeinsätzen, werden wir vielleicht auch morgen schon sehen, dann im Spiel gegen uns, der wirbelt, also der Mann wirbelt, der Mann hat Lust, natürlich oft noch ein bisschen rohe Kunst, weil eben noch nicht so viel bei rumkommt, aber mein Gott, der Junge ist halt auch noch jung, so, aber ich glaube, gerade im Abschiedskampf, wir können es ja genauso nachempfinden, auch wie jetzt Köln das eben hat, können wir ja von den letzten Jahren nachempfinden, wenn wir wenigstens einen hast, der mal auftritt, der mal den Abschluss sucht, der mal, ja die Ecke rausholt und so Geschichten, das ist einfach natürlich was Geiles für dich und da kam jetzt auch wieder was Kleines rein, vom Express da von Köln aus, dass es vielleicht eine Wende gibt, alles im Vielleicht-Sektor, dass er vielleicht bleibt, ist ja auch klar, dass er gerne Munziger spielen möchte und so weiter, er kann sich's wohl auch vorstellen, dass er in Köln bleibt, aber ich glaube, da müssen die erstmal generell gucken, dass in der Liga bleiben, ich glaube, wenn die absteigen, ist das Thema vermutlich vorbei, dass der bei Köln bleibt, der Justin Deal, die Karten sahen ja lange Zeit so aus, als würde der VfB das bald sogar verkünden, fast mit dem Deal-Transfer, aber mal abwarten, ist auch das wieder eher ein Thema für Sommer dann, mehr Fans Liga 2, machen wir so ein bisschen da den Übergang von Liga 2 möglicherweise zu Liga 2 rein, nämlich das kam ja auch am Wochenende raus, die meisten auch mitbekommen, historisch zweite Liga toppt Bundesliga, erstmals in der Historie kamen zu den neuen Duellen in der zweiten Liga mehr Menschen, als zu denen in der ersten Liga, nämlich so ein bisschen mehr als 20.000 mehr, kam in die zweite Liga, muss man auch da halt sagen, das liegt natürlich auch einfach daran, wer da eben alles Heimspiele hatte, Hoffenheim, Darmstadt, Heidenheim, Bochum, Mainz, Wolfsburg, einfach welche auch mit kleineren Stadien, das ist immer noch ein krasses Zeichen, dass du eben Klubs da unten hast in der zweiten Liga, die gerne hochkommen dürften, Schalke, Hertha, Nürnberg, Hannover, alles über 30.000, 50.000, 60.000, deswegen, so eine Liga ist absolut attraktiv, auch von der Tabellensituation her, immer wieder aufs neue Spann-Liga auch so ein bisschen nebenher zu folgen, neben der Bundesliga, aber ich glaube, das ist natürlich vielmehr auch dem geschuldet, dass eben gefühlt alle kleinen Stadien in der Liga auf einmal auf einen Spieltag Heimspiel hatten, aber trotzdem natürlich auch ein krasses Zeichen, die Schlagzeilen leben auch dann am Ende des Tages 100% wert. Milosevic haben wir verliehen zu St. Gallen, hat direkt getroffen, Startelfdebüt nach sechs Minuten direkt getroffen, wilderweise auch Startelfdebüt zusammen mit Akkolo, Schadrak Akkolo kennen wir ja auch noch bei uns, einfach Ex-VfB beide, Milosevic und Akkolo, wie gesagt, nach sechs Minuten getroffen direkt, gutes Debüt damit eigentlich, und dann Pech, 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 er hat sich verletzt, Benderiss und wird mehrere Wochen ausfallen, das ist hart, hoffentlich kommt er noch so zum Zug, dann trotzdem noch weiter in St. Gallen, dass sich die Laie trotzdem lohnt, hat er jetzt eigentlich gut angefangen, mit dem Treffer nach sechs Minuten, auch direkt natürlich Startelf auch gespielt, auch dann natürlich direkt schon cool nach ein paar Tagen gefühlt, aber auch da nur beste Wünsche zu Milosevic da in die Schweiz rüber, wir bleiben bei Verletzungen, auch die ist sehr bitter, die Benedetto-Verletzung, hat sich sein Wadenbein gebrochen, 18 Jahre alt, Mittelfeldspieler, ich glaube gegen Leipzig müsste es gewesen sein, eine richtig gute Partie gemacht, oder ein paar Minuten halt gemacht, die reingekommen ist, gutes Debüt gefeiert auf jeden Fall, hat sich jetzt im Testspiel gegen Hoffenheim 2 verletzt, Wadenbeinbruch klingt happig, das klingt nach einiger Zeit, deswegen, ja genau, hier steht es auch, aktuelle Spielzeit vorzeitig beendet, das ist brutal hart, der hat auf jeden Fall Potenzial, ich hoffe, dass der Mann danach der Saison wieder einsteigen kann, und auf sein Niveaulevel zurückkommt, will jetzt da jetzt auch gar nicht zu böse sein, zu ihm, den ich jetzt nenne, aber so jemand wie in Eckloff zum Beispiel, da siehst du es eben auch, wie krass das zurückwirft, auch ganz simpel schon, ohne die Bewertung des Spielers, oder seine Fähigkeiten, aber der war ja gefühlt auch in den letzten vier Jahren, oder so, der war ja irgendwie, ist richtig im Kommen dann, auch schon sehr, sehr jung, irgendwie 2020 rum und so, gefühlt in den letzten vier Jahren, irgendwie zweieinhalb davon verbracht, dass er verletzt war, das ist halt alles schon, schon brutal hart, deswegen auch da, hoffen wir mal, dass es bei dem einen Ding bleibt, auch die Marka Lejcic, dreimal dasselbe quasi, ich glaube auch, ich glaube verschiedene, verschiedene Beine quasi waren es, aber dreimal die gleiche verletzungsmäßig, deswegen, ich hoffe, dass das bei die Benedetto, die Benedetto nicht auch so ein Ding wird, dass die Karriere vielleicht ein bisschen verbaut, auch Undaf hat eine Verletzung, die aber immer nur kurz, und der VfB auch in seinem Text schon sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell, auch schon, ja, ein bisschen runtergespielt, sage ich mal, oder relativiert, das war das richtige Wort, was ich gesucht habe, nämlich gegen Köln wird es nichts, aber bei optimalem Heilungsverlauf, ist ein Einsatz im Auslandsspiel beim VfL Wolfsburg nicht ausgeschlossen, heißt, gut, in Wolfsburg vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht, aber die Woche drauf gegen Union, denke ich dann schon wieder, deswegen, immer scheiße, wenn jemand ausfällt, aber für das, wenn du zuerst hörst, und da fällt aus, denkst du dir, ah, scheiße, und dann, wenn du jetzt sagst, gut, anderthalb Spiele von mir aus, fällt da aus, da kann man dann zumindest, in Relationen dann noch mit Leben, Sebastian Hoeneß, ist das nächste Thema, und das soll ein bisschen auch darauf aufbauen, dass die Bayern ja dazu entschieden haben, Thomas Tuchel am Ende der Saison zu entlassen, oder eben zusammen sich trennt am Ende der Saison, ich frage aber, ob er die ganze Saison noch bekommt, wenn die nächsten Ergebnisse auch scheiße aussehen, kann man glaube ich dann auch aus der Lage raus, recht simpel sagen, also von den Bayern auch aus der Lage raus, recht simpel sagen, gut, wir wollten es eigentlich erst im Sommer machen, aber dann ziehen wir es jetzt schon mal vor und so, wir hätten uns ja sowieso getrennt, aber das ist ja schon mal früher, da mal abzuwarten, aber ich bin ja kein Bayern-Kanal, zum Glück auch nicht, deswegen, das ist nur so ein bisschen die Basis dafür, weil, dann direkt natürlich unser Name fällt, unser Trainer-Name fällt, auch allein schon wegen dem Nachnamen, Hoeneß ist ja auch ganz logisch, aber, da sind wohl die Bayern interessiert, oder hätten grundsätzlich Interesse, und auch Bayern, weil die werden ja sehr sicher, glaube ich zumindest, ich glaube die Chance, meiner Meinung nach ist recht gering, dass Alonso bleibt bei Leverkusen noch, kann natürlich auch sein, wäre natürlich top für Leverkusen, aber ich glaube es irgendwie nicht ganz, auch eben jetzt mit dem Thema, dass bei den Bayern was frei wird, bei Liverpool was frei wird, ich glaube der wird schon gehen, da wäre eben auch bei Leverkusen ein Plätzchen frei, wie du das zum Beispiel im Pokal gesehen hast, was das für eine Riesenleistung war vom VfB in Leverkusen, also wie gut auch da wieder Sebastian Hoeneß, seine Mannschaft eingestellt hat und so weiter und so fort, auch vom Fußball und so Geschichten, wäre das glaube ich auch kein so schlechter Fit, würde glaube ich ganz gut passen nach Leverkusen, also haben wir da ein bisschen Gefahr im Sommer, was Hoeneß angeht, grundsätzlich natürlich, aber der VfB will ihn verlängern, ist auch ganz klar, um eben irgendeinen Wechsel zu verhindern, ob es jetzt die Bayern sind, Leverkusen, wie auch immer, Hoeneß natürlich dazu auch wie immer, gewohnt cool in seinen Antworten, die Frage stellt sich für mich nicht wirklich, ich habe einen Vertrag und mache keinen Hild daraus, dass ich mich hier sehr wohlfühle, das ist eine Bestätigung für uns alle, für die Arbeit, die wir hier gemeinsam leisten, so ordne ich das ein, nicht anders, geiler Typ, geile Antwort, kalt, top, auch, also kalt im Sinne von cold, so cool mäßig, auch Wohlgemut sagt, Sebastian ist ein absoluter Schlüsselfaktor unserer Erfolgsentwicklung in den letzten Monaten, allein das bestimmt unser Handeln und dazu sind wir nicht erst seit gestern im Austausch, wir geben alles, um in diesem Team weiterarbeiten zu können, auch das eine sehr, sehr gute Aussage, auf der aktuellen BK hat Hoeneß nochmal gesagt, jeder, der mich hier erlebt, sieht, wie gerne ich hier bin, wie ich mich auf das konzentriere, was hier abläuft, das will ich weiter so machen und nicht irgendwelche Dinge kommentieren, auch das, richtig und wichtig und auch da nochmal, ich habe es schon oft genug angesprochen, aber ich mache es an der Stelle auch nochmal, auch hier, weil es nochmal jemand gepostet hatte auf Twitter, sein Punkteschnitt ist wirklich krank, also wie gesagt, weil er eben ein bisschen Punkteschnitt, die Ausbeute bisher, also seitdem er da ist, Amtseintritt, Dritter, Vierter, 2023, nicht diese Saison, sondern insgesamt, seitdem er da ist, vor allem das macht er halt beim VfB, das macht er bei einem Verein, den er über die Relegation gerade noch so gerettet hat, in der Liga-Zugehörigkeit, Bundesliga gerettet hat, das macht er nicht bei Leverkusen, das macht er nicht bei Bayern, bei Dortmund, das macht er beim VfB, 38 Spiele, 24 Siege, 5 Unentschieden, 9 Mal verloren, das ist ein Punkteschnitt von, ich glaube, da müsste wirklich alles mit drin sein, also auch Pokal und so Geschichten, 38 Spiele, 2,03 Punkte pro Spiel, ein über 2 Punkte pro Spiel, das ist so dermaßen brutal gut, was Höhnester abliefert, das, also, das ist sowieso ganz klar, den wollen alle verlängern bei uns, das ist ganz, ganz klar, so wie es hier auch rausklingt, was ja auch irgendwo logisch ist, trotzdem schön ist zu lesen, als Bestätigung, aber es ist natürlich auch absolut logisch, will der VfB, zeitnah konkrete Verhandlungen führen, weil, was unbedingt vermieden werden soll und muss, für alle Beteiligten, oder vielleicht, gut, ich denke mal für alle Beteiligten, ist eben in die kommende Saison zu gehen, mit dem Auslauf und Vertrag, weil er hat noch Vertrag bis Sommer 2025, man will ganz, glaube ich, ganz klar, das gegen geklärt haben, bis Sommer, weil wenn du jetzt in die Saison gehst, nur ein Jahr Restvertrag, dann schiebt sie es raus, schiebt sie es raus, na, machen wir doch nicht, na komm, wir reden im Winter nochmal und so, und dann wird es irgendwann sehr, sehr schwierig, also, ich hoffe sehr, dass die da sehr weit sind, dass sie jetzt auch schon, ja, dann irgendwann, vor Saisonende, vielleicht kannst du es ja irgendwie sogar richtig geil koppeln, fällt gerade so spontan ein, irgendwie geil koppeln, mit irgendwie hier Champions League und Hoeneß hat verlängert, oder Europa League und Hoeneß verlängert, oder sowas, auch Trainer können sich ja mittlerweile in der Ausstiegsklausel einbauen lassen, bau dir eine ein für, keine Ahnung, irgendwelche spezifischen Klubs, wie es ja Alonso so ein bisschen haben soll, da heißt es ja auch irgendwie, dass er vor allem bei Klubs, ne, die er aus Vergangenheit hatte, mit Bayern, mit Real Madrid und mit, ähm, Liverpool, dass vor allem da irgendwas gelten soll, wenn ich richtig im Kopf habe, auch das kann passieren, bei den Spielern musst du Ausstiegsklausel einbauen, mit Real wahrscheinlich mittlerweile auch, ähm, um sie eben zu binden, ähm, dann bau für mich da irgendeine ein, dass du ab irgendeiner Ablösesumme, oder ab irgendeinem Sommer oder wie auch immer, zu den Bayern könntest, wenn sie wollen, ne, aber du musst ihn halten, du musst Sebastian Hoeneß verlängern, ich glaube auch der, da glaube ich tatsächlich deutlich mehr, natürlich auch aus eigener Hoffnung, aber da glaube ich tatsächlich auch deutlich mehr dran, dass der noch ein Jahr länger macht bei uns, als zum Beispiel ein Alonso bei Leverkusen, einfach auch daraus, daraus folgend, dass Alonso logischerweise auch der größere Name ist, ne, auch vom Spieler her, da sagst du gut, als Spieler war der schon grandios, hat alles gesehen, hat alles gewonnen, jetzt hat er schon eine absolute grandiose Saison als Trainer auch gemacht mit Leverkusen, das reicht uns jetzt schon, um zu sagen, hier komm Liverpool, mach mal, oder Bayern, mach mal, ne, so das Standing mäßig, ich glaube Hoeneß, auch von Bayern her und so, ähm, oder von anderen Topklubs, ich glaube da ist vielleicht noch ein bisschen mehr das Gefühl von wegen, ja, komm, gib dem noch ein Jahr, oder ja, komm, guck mal lieber, beobachte mal, wie der das eine Jahr dann macht, wenn der VfB irgendwo europäisch spielt, nächste Saison, im Normalfall, wie gesagt, auch schon ein paar Mal drauf, äh, äh, drauf angesprochen, hier das Thema, ähm, aber, ich glaube, die Hoffnung können wir uns, glaube ich, schon sehr, sehr machen, dass der im nächsten Sommer noch da ist, eben auch das ernten will, was er gesät hat, ne, mit dem VfB europäisch spielen, die Mannschaft weiterentwickeln, mit der Truppe europäisch spielen, die ja noch, gut, natürlich nicht in kompletten Teilen, aber in weiten Teilen, ähm, noch gerettet hat, danach europäisch spielen, die Szene da, gegen Augsburg, ne, ich komme auf den Zaun, wenn wir es erreicht haben, auch da habe ich schon die ganze Zeit schon so Vorfreude drauf, dass der hoffentlich dann, wenn alles normal läuft, gut läuft, dann eben gegen Gladbach ist es, glaube ich, wenn du auf den Zaun kommst, am letzten Spieltag, und Europa League Einzug feierst, oder Champions League Einzug feierst, Conference League Einzug feierst, ähm, dann, ja, dann bleibst du so fertig aus, damit, damit der Punkt auch abgehakt, ähm, und dann kommen wir auch genau zu dem, was ihr auch gerade schon ein bisschen angeteasert habt, nämlich Stuttgart international, ähm, da auch nochmal ein bisschen sticheln Richtung München, muss auch sein, muss auch, dann hier auch, äh, darf man, muss man auch mal dürfen, hier an der Stelle, eben auch nach der Pleite von denen in Bochum, ähm, auch da nochmal eben Kimmich hier mit drauf, der ein bisschen fast am Weinen ist auf der Bank, und eben der, der Text dazu, der Tweet dazu, dieser Moment, wenn du merkst, dass die Aussage für Dennis Undaff stimmt, auch das wieder, immer wieder schön, und auch da gab ja ein paar Leute, die völlig durchgedreht sind, als diese Aussage kam, wie kann man die denn treffen, am 17. Spieltag wurden die demoliert, wurden die zerstört, in der ganzen Arena, die Bayern sind natürlich besser, die Bayern sind 10 Punkte vor dem VfB, ja, mittlerweile sind es noch vier, ne, und wir haben noch ein direktes Duell, Heimspiel gegen die Bayern irgendwann, ne, ich will es überhaupt noch nicht, in irgendwelche, keine Ahnung, in irgendein Größenwahn enden, und sagen, wir überholen die Bayern noch, wir werden Zweiter, ne, aber in dem Sinne von, respektiert uns, so, ne, gibt uns unser Hack, oder gönnt uns unser Hack, wie auch immer man es formulieren will, geht es uns eben nicht mehr 10, wie damals, bei der Undaff-Aussage, es sind noch 4, ne, das ist gar nicht mehr so weit weg, ähm, wenn wir Zweiter werden würden, gäbe es natürlich so, tatsächlich auch einen Supercup gegen Leverkusen wahrscheinlich, weil wenn die im Pokal gewinnen und Meister werden, dann ist ja, ich glaube, der nächste Spot beim Tabellenzweiten, vielleicht Supercup gegen Leverkusen, war natürlich auch sehr, sehr geil tatsächlich, ähm, aber natürlich alles noch Zukunfts, ähm, ja, Spinnerei, sag ich mal, und auch hier hat es schon einer rausgeholt, ne, ne Oldschool, äh, Stadionaktuell-Zeitung, VfB gegen Barcelona, die hier ist von 2007, ähm, heute jährt sich ja auch das von 2010, müsste es gewesen sein, ähm, gegen Barcelona eben, das letzte Mal auf der richtig, richtig großen Bühne, Achtelfinale, 1-1 im Hinspiel, verdient, ähm, Flanke, Gepard, Kakao, Kopfball 1-0, Rückspiel halt, final auf die Fresse bekommen, ne, was wirst du machen, Messi Masterclass unter anderem, ähm, da, jetzt jährt sich auch heute, auch da wieder einen schönen Throwback vorbereitet, für meinen VfB und so weiter, müsste, glaube ich, wahrscheinlich auch vor dem Video hier online sein, also ist schon online, ähm, auch da natürlich legendär das Spiel, ähm, und da natürlich auch noch wieder die Frage, da natürlich, wie sieht es dann aus mit den Preisen, wie sieht es aus mit Europa League Reisen und sowas, ne, nach aller Scheiße geht es auf die Reise, wir werden einige auch auswärts und so mal mitwollen, immer wird wahrscheinlich schwierig werden, ne, auf so Mittwochabend irgendwo auswärts hin, dann da einen Tag frei nehmen, hier einen Tag frei nehmen, das Geld dafür ausgeben, ne, aber auch von mir, ich würde da schon sehr, sehr gerne auf jeden Fall wenigstens einmal irgendwo hinfahren, ist schon auf jeden Fall auch ein absolutes, ich sag mal, im weitesten Lebensziel oder Bucketlist, wie auch immer, mit dem VfB irgendwann mal europäisch zu reisen, ne, ganz, schon seit Jahren das Ziel, so, ähm, da gibt es natürlich auch ein paar Infos, weil, da gibt es tatsächlich eine Deckelung, ähm, von, von, von den Preisen, eine Conference liegt auf einem Auswärtsticket, nur maximal 35 Euro kosten, das soll aber sogar noch runtergehen, auf 25 Euro ab der kommenden Saison, das ist also echt sehr, sehr fair, ähm, Europa League sind es 45 Euro maximal, Champions League sind es 70 Euro maximal, plus, du hast, glaube ich, auch oftmals in Champions League und sowas, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen Pilotprojektmäßig, dass du in Teilen wieder Stehblöcke hast, äh, in Teilen glaube ich nicht, weil, war eine Zeit lang wegen Sicherheit und so Geschichten, dass auch die Stehblöcke, Stehblöcke dann bestuhlt werden, das heißt, da geht auch Kapazität verloren im Stadion, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, und du kriegst halt eben auch weniger Auswärtsfans da rein, ne, das ist auch nochmal ein Unterschied, du kriegst da 5% der Karten gehen an die Gästefans, europäisch, in der Bundesliga sind es ja 10%, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, und auch da, selbst wenn man auswärts nicht mitkommt, zu Hause, auch da wird natürlich der, der Ansturm, der Ansturm auf Karten und sowas, wird wahnsinnig werden, kommen wir gleich nochmal drauf, wenn ich es richtig im Kopf habe, in meinen Notizen hier, ähm, aber das hier zuerst, und da kriege ich gefühlt schon, Gänsehaut beim, drüber nachdenken nur, ich habe, europäischen Fußball, VfB, am TV halt gesehen, vielleicht noch als, als Kind, sag ich mal, ähm, diese 2-7er und 2-9er und 2-10er da, diese, diese Champions-League-Seiten, dann habe ich das letzte gesehen, was wir hatten, nämlich Quali gegen HN Karieka, war ich im Stadion, wo wir dann noch rausgeflogen sind, schon in der Quali, also gar nicht, dass sie in die Europa League gekommen sind, und davor das höchste Gefühl, was ich gesehen habe im Stadion, wo ich auch erst vor kurzem die Karte wieder dazu gefunden habe, war 16. Finale gegen Zenit San Petersburg, und das war dann auch Europa League, das kann ich nicht, ob die damals auch schon Europa League hieß, ähm, ich glaube auch mal einen anderen Namen gehabt, aber bin ich mir auch nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall, das war das höchste Gefühl, wo ich im Stadion war, europäisch, 17. Finale gegen Zenit San Petersburg, beide Spiele 2-1 verloren, damit ausgeschieden, ähm, aber allein dieses, diese, diese Gedanke daran, das erste Heimspiel in Europa League, in Conference League, in Champions League, irgendwas davon, ne, wo es ja im Normalfall, wenn wir jetzt keinen unfassbaren Abfall haben, auch darauf hinausläuft, ne, das schon mal vorweggeschickt, das wird ja unfassbar, ne, ausverkaufte Hütte, 60.000, irgendeine laue, keine Ahnung, wann ist das, dann ist August, September Nacht, September Abend, bisschen Flutlicht, aber auch noch ein bisschen hell, geiles Wetter, alle in weiß, vielleicht irgendeine fette Choreo, ausverkaufte Hütte, wie gesagt, alle komplett angestachelt, weil, du, du weißt ja ganz genau, ich hoffe darauf, dass es, dass es auch viele so sehen, oder die meisten so angehen werden, wie ich es im Kopf habe, eben mit auch dem Vorbild oder dem Beispiel von Eintracht Frankfurt zum Beispiel, dass du egal welcher Wettbewerb da komplett Vollgas gibst, was da Frankfurt da gefeiert hat mit den ganzen Choreos, den Aussatzfahrten, das Barcelona-Spiel und so weiter und so fort, sowas will ich hier auch haben und plus, das ist auch ganz klar gesagt, ich gehe davon aus, dass es auch hier so sein wird, ne, wir sind immer auf einer sehr, sehr guten Stimmung, aktuell sowieso mit der Euphorie auf einer sehr, sehr guten Stimmung von, von Basislevel her, aber, ich jetzt an Spiele erinnere, wie gegen Dortmund letzte Saison, Halbfinale im DFB-Pokal gegen Frankfurt, war komplett krass und das ja recht vergleichbar, ne, unter der Woche gewesen, richtig viel auf dem Spiel, da ging es um Finaleinzug, da spielst du es erst mal wieder Champions League, erst mal wieder Euroleague, ähm, so Geschichten, ähm, auch die Relegationsspiele waren auch unter der Woche, auch das Heimspiel gegen Hamburg, Relegation, war unfassbar von Minute 1 an, da wird es so scheppern, das hast du nicht gesehen, das wird so unfassbar, auch diese Sehnsucht nach Jahren wieder da, ich bin ja nicht der Einzige, der in dem Alterssegment ist, wie ich jetzt eben, logischerweise, der eben auch so ein bisschen vielleicht europäisch mal gesehen hat im Fernsehen, der vielleicht so irgendwann mal random bei einem Europa-League-Spiel dabei war, aber das jetzt hier, auch die Sehnsucht nach Jahren, auch eben auch, auch dieses Gefühl raus, aus einem Relegationsjahr, was du geschafft hast, dieses Saison darauf so ein, und dann spielst du Champions League, Euroleague, irgendwas in der Form, da wird ja eine Euphorie entstehen, eine Stimmung entstehen, das wird unfassbar, und da kriege ich wirklich schon allein beim Gedanken dran, Gänsehaut, aber, auch ganz klar, dieses Saison ist ja vor, natürlich erstmal noch zu Ende zu spielen, ist ja auch ganz logisch, und auch generell, muss man sagen, natürlich auch da, Saison noch zu Ende zu spielen, aber so wie es aktuell steht, mal Leipzig ausgenommen, wäre das schon eine ziemlich saftige Besetzung, die vielleicht möglich wäre, ne, Leverkusen, Bayern, gut, die muss man halt als Gesetz sehen, so ein bisschen, wir europäisch dabei als VfB, Dortmund europäisch dabei, Frankfurt europäisch dabei, Bremen europäisch dabei, es könnte auch Heidenheim noch reinrutschen, von mir aus ist auch Freiburg ganz cool, das könnte schon, aber vor allem sowas wie Heidenheim, dann einfach ganz wild, aber eben vor allem das, Bremen mal wieder, wir als VfB mal wieder, so ein bisschen, so get the band back together, so die klassischen Top-Vereine fast in Deutschland, auch in der ewigen Tabelle und so weiter eben, das könnte schon sehr, sehr geil werden, nächste Saison, das könnte schon sehr, sehr krass nach vorne gehen, und was wir auch schon haben, oder was vielleicht auch schon kommt, in Sachen Champions League, ist Bewerbung von VfB, oder von Stuttgart besser gesagt, für Frauen Champions League, 2026 und 2027, hat sich der VfB darauf beworben, auf das Frauen Champions League Finale, wenn ich das alles richtig verstehe, deswegen mal gucken, ob wir da auch schon Champions League Fußball sehen, aber eben natürlich im Frauenfußball, dann letzter Punkt, da bin ich schon ein bisschen angeteasert, natürlich das Thema Tickets und so weiter, das ist auch alles abzuwarten, wie es dann aussieht, kurz auf Auswärtseingang zu Hause, wird es natürlich genauso wild werden, geh fest davon aus, dass du zu Hause irgendeine Form von Gruppenphasen, Dauerkarte hast, so, ähm, frage natürlich da, wirst du Stehplätze haben können oder nicht, weil wenn du keine hast, und das alles bestuhlen musst, dann geht der ja auch dermaßen viel weg aus dem Stehbereich, und wo landen die, oder gehen welche im Steher dann leer aus, ähm, wie kommt man da überhaupt an Karten, ne, wie hoch ist die Chance, ich denke mal, bei solchen Karten wird es als, ich sag es mal, jetzt gar nicht böse gemeint, aber, in Anführungszeichen, als Normalo, wirst du glaube ich nicht großartig an Karten kommen, also freier Verkauf sowieso nicht, Mitgliederverkauf halt wahrscheinlich auf so einem Level, in die Richtung von, ja, spiel mir gegen Dortmund, spiel mir gegen Bayern, ähm, mit dem Andrang, mit der Vorfreude, die ich mir erhoffe, auf so eine europäische Saison, ähm, deswegen auch da muss man echt sagen, natürlich, kann ich so auch ganz locker raussprechen, weil ich es ja selber habe, ne, aber als Dauerkartenbesitzer, ist wahrscheinlich echt die beste Wahl, oder die beste Chance darauf, irgendwie an Karten zu kommen, weil, die ja dann normalerweise, und finde auch fairerweise, natürlich als erstes dann, an Karten kommen, und als erstes dann irgendwelche Dauerkarten kommen, deswegen auch da, dann, jeder, jeder, der eine hat, in der, in der besten Lage, dann auch für solche Karten, zum Glück, wie gesagt, zum Glück, in dem Sinne, weil ich eben auch Dauerkarten habe, ähm, aber das könnte auch natürlich brutal werden, der Ansturm, die Mitgliederzahl gehen ja eh schon hoch, was sagen wir jetzt, 90.000, ein bisschen mehr, wahrscheinlich könnten es echt gefühlt über 100.000 werden, dann, wenn Leute merken, boah, ich muss hier Mitglied werden, um vielleicht an Champions-League-Karten zu kommen, das könnte wieder geisteskranker Ansturm werden, deswegen können sich da überhaupt die meisten dann, da glücklich schätzen, die Dauerkarte haben, ähm, dass sie zumindest mal die beste Chance haben, irgendwie auf Karten, sag ich mal so, ähm, wie genau sie es dann machen, musst du eben ein bisschen, ein bisschen abwarten dann da drauf, ähm, und was natürlich auch ganz cool ist, was man gerade sieht am Beispiel von Mainz 05, wie die es komplett zelebrieren, ihre Arena da selber voll machen, ich glaube, es ist nicht, dass wir unsere Arena mit 60.000 voll machen könnten, aber ein Versuch wäre es natürlich auch wert, aber dann würde er wahrscheinlich unsere U19 auch in der Juve-League spielen, ne, dieser Juve-League-Chemons-League-mäßig für die Jugend, auch das natürlich ein absolut geiles, ähm, absolut geiler Bonus noch, mal weiter mit Ehrenmännern, auch ein ganz kurzes Ding, Pascal Stenzel war heute zu Gast im Stuttgarter Rathaus, wo 120 Kinder aus Stuttgarters, aus Stuttgarter Kitas den AOK-Bewegungspass absolvierten, dabei machte Kalle nicht nur reichlich Selfies, sondern half auch den Kids im Parcours und animierte zur Bewegung im Alltag, und dann nochmal zu sagen, Kalle Stenzel, Pascal Stenzel, geiler Typ, brutal, brutal wertvoller Typ, was sowas angeht, machen ja einige von uns, ich glaube auch Bredlow wurde da oft genannt in dem Zusammenhang, auch generell geht der VfB ja zu einigen Versorgungterminen auch geschlossen, dann auch mal ein Wohlgebunden zur Geschichten dabei, das muss man auch mal lobend hervorheben, was der VfB, oder jetzt eben in dem Beispiel eben, Pascal Stenzel außerhalb des Fußballs, sage ich mal, außerhalb des Spiels, ähm, für geile Aktionen macht und wichtige Aktionen auch macht, und zum Abschluss von den VfB-News hier noch, ist Timo Gebhardt anzuteasern, das auch hier wieder, ähm, werbungmäßig, da, wo ich ja auch mit am Start bin, nämlich mein VfB, da wird es einen Podcast geben, Podcast Special, auch so ein bisschen eben daran angelehnt, dass, äh, jetzt sich eben das Barca-Spiel, äh, natürlich jährt, wo er ja die Flanke gegeben hat, auf Kakao mit dabei war, wird es nächsten, nächste Woche, nächsten Dienstag ist das geplant, ähm, mit Timo Gebhardt eine Special-Folge Pod kann stattgeben, auch das wird, glaube ich, sehr geil werden, Gebhardt wirkt mir auch, so Ginschek-mäßig und so, wie ein sehr lockerer, offener, ähm, ehrlicher Typ, es könnte mal wirklich eine gute Atmosphäre werden, ähm, das noch so zum Schluss raus hier als, als Teaser, sag ich mal, und dann wie immer natürlich gerne zu allen Themen einiges angesprochen, auch viel gelabert hier diesmal wieder, oder viel ausgeführt, sag ich mal, um es mir positiv auszulegen, ähm, gerne wieder zu allem eure Meinung in die Kommentare, ist ganz klar, ist ganz wichtig, ähm, nächstes Video ist dann natürlich, letztes natürlich, habe ich schon gesagt, DFL, Investoren, Proteste, die Stars, Fan-Proteste, nächstes Video dann auch natürlich, Nachbericht ein bisschen zu Darmstadt und Vorbericht für Köln, das fehlt natürlich noch, das gerne abchecken, bedanke ich hierfür fürs Zuschauen, natürlich auch wie immer gerne, ich glaube im ersten Video sogar vergessen, ne, absoluter Profi wie immer, gerne natürlich kostenlos Like und Abo dalassen, Abo dalassen, ganz klare Geschichte, danke ich natürlich nochmal mehr fürs Zuhören, als fürs Zuschauen bei solchen Videos, das ist auch ganz klar, und bis zum nächsten Mal.